So, ladies and gentlemen, ich begrüße euch wieder bei einem neuen Video. Wir sind hier gerade, wo sind wir, in welcher Stadt? Rede. Wir sind in Rede, ja, irgendwo, nirgendwo, Grenze Holland. Und ich habe mir gehört, hier soll jemand unterwegs sein, der soll mich durchknacken. Ich dachte mir erst mal so, hä? Durchknacken? Dann habe ich im Internet so ein paar Videos gesehen, Abu Sultan. Oh, bam, 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 da bracht Abu Sultan, heide, bre, heide. Welcome, Abu Sultan. Diesen Tipp, ich knack ihn alle. Fertig. Hier, ich zieh ihn alles. Egal, wer kommt hier drauf. Ich zieh ihn komplett. Wenn nicht, muss ich Bescheid sagen. Leute, wenn hier nicht klappt, alte Bocke, muss hier alles knacken bei Abu Sultan. Anders geht nicht. Ja, Abu Sultan ist hier unterwegs und wird uns heute also wirklich von unten bis oben durchknacken. Ihr wisst ja selber, ich bin, ja, nee, es gibt keinen Tag, wo ich kein Auto fahre, ne? Es gibt wirklich kein, mittlerweile kein Tag, wo ich nicht Auto fahren muss. Und diese langen Fahrten, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, hier Ei und da Ei und oh und dies und das. Und mein guter Freund Hamoudi, komm einmal ganz kurz vor die Kamera, Bruder, einmal ganz kurz, komm her. Mein guter Freund Hamoudi hat uns heute hier eingeladen, hat gesagt, ey Bruder, wir machen deine Rückenschmerzen weg. Und ich schwöre, ich freue mich drauf, Mann. Ich freue mich drauf. Wir gehen da jetzt hin und dann gucken, was uns erwartet, oder? Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Abu Sultan zu Besuch. Uns erwartet auf jeden Fall heute ein paar ordentliche Knacker. Ich bin sehr gespannt, was heute mit uns anstellt. Viel gehört und jetzt werden wir auch viel sehen. Wie der Ali Zarqat auch. Was? Der hat gesagt, er will mich aufhängen. Was soll man was für dich machen jetzt? Allah Abu Sultan, ich habe im mittleren Bereich auf der linken Seite immer ein bisschen Schmerzen vom Autofahren, weißt du? Ja. Ich fahre sehr, sehr viel Auto, ich bin viel unterwegs. Und... Was für ein Auto hast du? Ich fahre ein X5. Maschallah, X5 für dich? Ja. Ist nicht viel zu groß für dich? Kleiner Mann, großes Auto und großes Herz. Aber Kraft, Mann. Natürlich. Große Herz? Mit Kraft. Das ist wichtig. Alhamdulillah, ja. Wirklich, ist das klein und groß uninteressant. Herz ist wichtig. Wer ist das da hinten in der Ecke? Der ist Hans-Josef. Der ist Hans-Josef, meine Kollegen fahren Mofa. Inshallah, inshallah. Sollen wir anfangen? Sehr gerne. Heidi, 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 Bray. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wie heißt du nochmal? Anna, Ali. Ali, was? Ali, Rammo. Oh, Allahu Akbar, Rammo. Du bist Rammo. Darbat, Abu Sultan. OP ist schon da oder keine OP. Nein, Alhamdulillah. Hast du früher was gehabt oder jetzt oder neu oder wie? Das Ding ist, ich bin einfach nur sehr viel mit dem Auto unterwegs. Ja. Ich streame ja auch. Ich sitze sehr viel am Computer. Meine Arbeit ist am Computer. Normalerweise. Ich kriege immer halt so diese untere Rückenschmerzen, weißt du? Bei dir normalerweise muss viele schwimmen. Das ist wichtig. Schwimmen, ne? Ja. Leute, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ich mach dich gleich diese Rimmau wie Vendome. Kennst du Vendome, Leute? Viel locker, viel gesund, Abou Sultan sagt, ja? Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Schafi. Bismillah. Locker lassen da, schlafen da. Oh! Bismillah. Leute, keine Garantie. Der ist selbst bei mir gekommen, dieser Mann. Freiwillig. Bismillah, ja, Schafi, ja, Allah. Ey, Wallah, ich möchte diesen Mann alles Wübelsäule knacken. Aber er hat keine Wübelsäule. Weiß ich nicht, was hab ich gerade geknackt. Der hat gar nichts. Tut mir leid, Janne? Besser? Besser, viel besser. Maschallah. Umdrehen, ein bisschen bei mir. So, ein bisschen so. Ja, gut. Die Leute, die Kamera, weiter. Aber du musst nur einmal aufpassen mit diesen Fingern. Wie alt bist du, Bruder? 24. Ja. Ne, Maschallah, gut. Bleib mal so, bleib mal so. Bleib mal so, bleib mal so. Ha? Schreit eigentlich am Rhythmus, Mensch. Das kommt sowieso nicht. Alle Leute, mit Rhythmus messen. Immer bei Abu Sultan. Daumen geben. Oh! 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 Leute, das ist unfassbar. Ich schwör auf alles. Vielen Dank. Da ist scharf, Bismillah. Habe ich einmal einen Mann Ohren gezogen. Nach dem Ziehen, der macht so. Wo ist mein Ohren? Der hat gedacht, das Ohren ist weg. Einmal aufstehen, Bruder. Ja. Hände aufs Gesicht. Hände aufs Gesicht. Wie arme Rammo. Okay. Bismillah. Zurück, zurück auf meinen Bauch. Zurück, zurück. Oh! Sorry, sorry. Leute sagen, warum Abou Shultan hat Bauch. Mein Bauch immer. Hier liegen auf dem Bauch. Dann knacken sehr gut diese Rücken. Sag was gegen mich. 5000 Kurden stehen auf. Bismillah, Ya Shafi Allah. Tief atmen. Bruder, ich hatte eben wirklich ... Wäre jetzt kein Spaß, Bruder. Ich hatte überall Verkrampfungen und so. Ich merke gerade, Bruder, was ich eigentlich hatte im Körper. Die Gesundheit, Abou Shultan nicht gemacht. Gehört nur Allah. Abou Shultan nur Therapie. So? Ja. Körper komplett nach hinten. Bismillah, komplett, komplett. So, umdrehen. Bismillah. Ya Allah. Machen wir einmal ihm fest hier. Machen wir diese Hand weg. Bisschen Schmerzen, aber behalten. Das ist sehr gut für deine Hälfte. Bismillah, Ya Shafi. Sorry, Ya Shafi. Krass. Ist schon operiert. Mach fest. Bismillah. Jetzt gleich merkst du, besser. Bismillah. Es geht noch mehr auf jetzt. Ali, Ali, Ali. Ey, Jäger. Ich merke, wie elastisch ich eigentlich mit. Bleiben. Hartes Habi? Oh, Ali. Jetzt wirst du gezogen. Ali, schlafen. Gehen nach Hause. Tla, tla, tla. Hata, ich schrei. Äh, wo... Wo willst du gehen, Ali? Am besten nach Hause. Nach Hause, ja? Viel Paprika zu Hause? Ja. Ali, Mund zu, ist wichtig. Also, abscheißen. Heideki, schlafen. Von locker. Von locker. Von locker, Ali. Viel locker, viel locker, viel gesund. Ali, viel locker. Oh, mein Gott. Allahu Akbar. Oh, mein Gott. Leute, Allahu Akbar. Der ist 34 Stück, aber bei Ali weiß ich nicht. Wie viele Stück hat er, weiß ich nicht, Ali. Hast du viele Sterne gesehen, Ali? Viele Sterne oder viele Paprika gesehen? Ich hab Sterne gesehen. Ich merk grad, wie frei mein Körper ist. Mit Paprika oder ohne? Mit Paprika, mit Brokkoli, mit was du willst. Ich merk grad, wie... Du bist neu. Ja, ich weiß. Ali, neu überholt. Diese Tiffa ist 20, heißt neu überholt Ali. Der war war ein bisschen gos. Falls es ein bisschen vergostet, ist Ali gosst frei jetzt. Heute, das ist komplette Therapie für Ali, extra für Ali. Heute ein komplett Paket. Heide gerade. Bismillah. Uff. Ali, viel locker hier. Locka, 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 locka. Bismillah, ja, Schaaf. Bismillah. Locka, locka, locka. Bismillah. Bismillah. Umdrehen, Ali. Beste, hefte Reparatur, wenn einer hefte Problem oder sowas soll Abusultan kommen. Einmal knacken, einmal frei. Yallah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Locka, locka. Yallah. Allah. Noch einmal auf dem Bauch schlafen, Ali. Bismillah. Uff. Kannst du jetzt aufstehen? Beste Therapie hat Ali gekriegt von Abusultan. Beste Kaschnie-Therapie. Oh, Spaß oder so, ne? Sollen Leuten immer Daumen geben. Mit Ali van Dome. Ali van Dome. Ali van Dome. Null, null. Normalerweise ... Ja, ne, kennst du das? Jede Bewegung macht irgendwie so einen leichten Knacken mit, ne? Du bist doch Allah, bitte. Ali ist gesund, aber kann sein ... Manche Leute kann sein eine Therapie, manche Leute zehn Therapie, manche Leute 15 Therapie, manche Leute zwei, drei, vier, fünf. Ich war nur von Allah. Und kann sein, nach meiner Therapie, manche Leute einen Tag Schmerzen, manche Leute einen Tag Muskelkater, manche Leute zehn Tage ein bisschen Schmerzen, Muskelkater, manche Leute gar nichts. Ey, mir geht's so gut, ne? Ich begrüße alle Leute, ich begrüße alle Freunde, Leute von Facebook, Instagram, TikTok, alle. Heidebre, Heidebre, Leute. Leute, tut mir einen Gefallen, checkt den Abusultan ab. Wenn ihr mal auf so was Bock habt, wie Münster, in der Nähe von Münster sind wir, ne? Meldet euch bei Abusultan, Instagram, auf Facebook erreichbar. Ich hör's euch, ich kann's nur jedem empfehlen, ich hab eine mega Erfahrung gemacht. Ey, ich muss auf jeden Fall wiederkommen, ne? Bruder, das sag ich so, wie es ist. Wenn du so viel fahren, du musst jeden Monat einmal verschiedene Therapie haben, komplett überholen und fertig. Und dann fahren wir doppelt. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, zusammenpacken und abhauen, oder? Genau. Abusultan, ich danke dir viel, vielmals, ja? Shukra akteer. As-salamu alayk. Du musst was essen auch, jeder muss was essen auch. Dankeschön, dankeschön, ich bin hart auf Däht. Diese arabischen Kekse da. Ich bin auf Däht. Du bist Däht? Ich bin 13 Kilo runter jetzt. As-salamu alaykum. Leute, an dieser Stelle, wir sind raus. Haut rein. Ciao, ciao. Okay. For loka? Bismillah. Ja, ich schaffe. Hey, for loka. Bismillah. Oh! As-salamu alaykum. Oh! Oh! Oh!